Zum einen neuen Video von mir. Ich bin's bald wieder, Henry. Und zwar, wir spielen heute... Wir müssen von einem König ausbrechen, ne? Unser... Hä? Habt ihr's gesehen? Er furzt? Warte, passt auf. Ja, er hat gerade gefurzt. Habt ihr's gesehen? Auf jeden Fall, wir nehmen leicht oder schwer? Hm, schwer. Und wir reden nicht über meinen Skin. Warte. Und wir müssen Thronen sammeln. Bruh. Stärk. Oh, hell. Schade, kostet Geld. So, kurz das öffnen. Hallo, öffnen, zack. Das ist los. Aha, da ist noch eine Throno. So, mir erst einmal. Egal. Oh, dass ich den König auch wegwecke. Kann er überhaupt aufwachen? Hallo? Guck mal an. Er hat ganz schön viele Narvenhaare. Hey, er hat Pinocchio-Nase. Cool. Auf jeden Fall. Ich glaub, hier kann man's sehen. Wie cool man's wusste. Sie müssen einsammeln. Achso, wir müssen einen Schlüssel finden. Achso, nee, den Knopf. Dann warten wir bestimmt auf. Schütteln. Und... Ach, ist die Auge? Er ist nicht wach. Oh, natürlich bist du wach. Brand. Hilfe. Wo ist gleich denn? Wir reden nicht über mein Skin. Hä? Er folgt ihr uns? Ah ja, egal. Ah! Hä? Hä? Was passiert hier? Ähm... Okay. Hier guck mal. Können wir kurz über meinen Hintergrund reden? Das sieht ohne mal geil aus, Kurt. Äh... Nee, warte. Ach, egal. Können wir... Ach, egal. Nochmal von vorne. Können wir kurz über meinen Hintergrund legen? Guck doch hier mal an. Das sieht unnormal geil aus. Also das ist mein Hintergrund. Ja. Mein Hintergrund... Aha. So, dass wir hören. Hintergrund nehmen. Okay. Das war nicht... Ich weiß... Ehhhh... Schade. Und... Tschüss... Wenn mein Unfall ist. Also... Ich mag... Das wäre jetzt wirklich was von mir. Und hier hoch. Hier oben. Okay. Jetzt schaffe ich es. Ja! Ja! Einen Ende sterbe ich jetzt. Ja, es ist hier. Nichts passiert. Okay, hier ganz kippschen. Vorhinter laufen, also irgendwie was passiert. Hier auch nochmal öffnen. Ist hier jemand? Ne, anscheinend nicht. Warten, wenn ich den Knopf tippe, dass dann hier jemand ist. Ich wette mit euch. Gucken. Hm, doch nichts passiert. Ach so, doch die Wache da, oder? Hm. Hey, jagt uns hier keiner. Ja. Dieser Mini-Pub ist da. Ist das ein Schubel, oder was ist das? Äh, okay. Jetzt gehen wir weiter. Ja. Gibt's alles. Ich hab nicht so viel Robux. Da drüben ist eine Kuh noch. Ja. Ja, guck auf gerne. Das ist, ja. Schick rüber. Halt ab! Das war jetzt nass von mir. Ich bin jetzt nicht der beste Ophid-Gruppi, also verdammt nicht so viel von mir. Zack. Dann müssen wir... Jetzt muss ich das. Aber manchmal, ich muss das. Na, nein. Ich bin jetzt nicht der beste Ophid, aber ich darf nur ein, das ist gut. der Kopf ist so und den Mickey mit dem den die der 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 Oh, das war's, ich dachte, man kann da gar nicht holen. Oha. Hä, ich hab den nicht mal berührt, ist egal. Da muss ich den, ich hab den, der Schützschüt macht irgendwas. Hä? Ach, egal. Die Obby ist ein bisschen verpackt. Drei, drei, zwei... Ja, ok, gut. Da muss man wahrscheinlich... Hä? Ah! Ach so. Also wenn es grün ist, dann dürfen wir uns drauflegen. Und wenn der Ruhm gut ist, dann schnell da rein. Eigentlich, wie viel Grun haben wir jetzt? Erst drei, ne? Ich hab's euch sicher. Ich hab wohl, ich find eh nicht alle. Hier ein Gruner. So ein Spiel, wenn man zehn von zehn haben muss. Ich find die immer nie. Sorry, die Sonne. Ja, die Krone! Und die Sonne, die nervt. Achso, dann wird's gelb untereinander. Guck, sie wird gelb. Ja. Ich zieh noch irgendwo eine Krone. Zack. Und die Hälfte. Ja, da. Und die Hälfte hoch muss ich jetzt. Zack. Oh, das geht knapp. Oder nee, das ist geil. Das geht. Jetzt sind die auch wieder ganz cool. Wie kommt es das Wort? Ich frag euch nicht, was das war. Wie viel? Hey, ich bin viel mehr wert. Auch eine 9 dazu. Dann wird es perfekt. Ich bin viel mehr wert, vor allem mein Skin. Wie, manchmal. Es war richtig. Psychonen. Psychonen, habe mir in Zukunft, oder? Ey, wartet auf mich, wo eine irgendeine Frau. Oder? Oder was? Oder was ist das immer? Ja, das ist schön, schön. Wann ist das da? Was müssen wir machen? Ein Schleppkopf, okay? So, ich hab einen Apfel. Nimm das. Das. Und das. Und das. Und das und das und das und das. Okay. Hey, du furzt ja auch? Hä? Warte, es geht gleich alles. Kannst du den überhaupt? Warte, hier gehe ich. Ich glaube, ich mach, ach so, doch, ich zack ihn doch. Ich muss so viel halten. Was war das? Kommt gar nicht mehr zu einem E-Mail-Klade-Tüte. Ja. Ja, ich nehme es schön, erstmal richtig zurück. Und dann kommt noch mehr zu 느낌, aber ich kann hier sein. So facçu und ist halt so gearbeitet. Ich habe mal das Gefühl. Fertig, ich lockere mich zur Hand. Oh, der hat sich schlafen gelegt. Oh, das Bild ist schön. Aber was ist das denn? Der hat ein Loch? Naja, ein bisschen ohne, das muss ich auch nicht. Das muss ich hier machen. Das richtige Klobeln oder was? Also da ist eine Wache drin, das sieht man. Darin ist auch eine Wache. Da drin ist, dann müsste das da richtig sein, oder? Ja, ich muss das. Graben, 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 graben. Oh, ich sehe gar nicht. Das hier runter habe ich, glaube ich, geschafft. Immer noch nicht. Aber ich glaube, da ist das Ziel. Gibt man? Ja. Auf jeden Fall, ich finde das so ganz cool. Wenn ich es bewirken würde, ist das eine 10 von 10. Kann ich das nehmen? Oder kann ich das nehmen? Ja, passt. Ich sehe hin. Ja, da hin. Ja, da hin. Ja, da hin. Das ist ja ein Loch. Aber ihr müsst auch bedenken, ich habe die Maske und deshalb sehe ich etwas schlechter. Das ist ja ein Ende. Hallo? Ja, endlich das Ende, oder? Ja, endlich das Ende. Juhi? Ja, das ist das Ende, also das komplette Ende. Haben wir die Obby geschafft? Müssen wir noch einen Bosskampf machen? Oh ja, geil. Hä? Hä? Achso. Bäh. Ist das eine Notenhamster? Ja. 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 Ich habe dieses Mal nur so getan, wenn nämlich das ihr überlegt. Ja, ich habe das so getan. Nein. Warte, du musst kurz was machen. Ich habe das so getan. Ich habe das so getan. Und das kann da nicht so liegen. Das ist so hart. Ist das gut. Aber so klar. Ich weiß nicht. Das ist ja keine Siche. Ich habe das so gemacht. Ich bin jetzt nicht. Verpacken an der Hand und dann auch nicht in allem, was wir jetzt tun. Und weil das ist eine Staffel, die ich bitte, wollte mich entschuldigen, weil ich da gesagt habe, ich habe keine Hand in der Hand in meinem Inventar. Das war halt wieder. Und jetzt hier hoch, und hier hoch, und hier, und hier, und hier. Das ist ja eigentlich eine Krone. Wie viele Kronen gab es, es wird nicht angezeigt, wie viele ich habe oder wie viele ich brauche. Ich glaube, aber wahrscheinlich alle 10 brauche ich. Moment mal, es gibt Troll. Kacke. Ja! Hat die jetzt gekappt? Hey, wie komme ich wieder raus? Hallo! Ich will raus! Ah ja, Ausgang. Schade, dass ich es erst so spitt... Ach komm! Komm ich wieder hoch? Ja! 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 Was ist da eine Krone? Ich habe gerade verkackt... Ah! Jetzt muss ich wieder von Anfang an machen. Toll! Ja! 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 Ich will das. Ich würde sagen, das schneide ich mal aus. Hallo! Hä? Ah jetzt. Danke! Juhu. Kann man das überspringen? Ne, das kehre ich jetzt nicht. Oh, hat das so knapp? Ne, eigentlich ja nicht. Es kommt hier eigentlich noch eine Krone. Ja, danke. Hier eine Krone. Habe ich eigentlich jetzt alle? Da kann man ziemlich viele Geschenke überspringen. So, kostet Euro. Let's go! Jetzt da hier hoch. Ja, man muss Boxfight machen. Geil! Ja, lol. Hä? Der bewegt sich ja gar nicht. Hey, ist ja... Ja, okay. Was soll ich sagen? Was soll ich vom Boxfight sagen? Was soll ich da sagen? Leute, was soll ich dazu sagen? Ja, also... Das Spiel ist ganz cool, aber... Also, ich bewerte... Ich gebe es doch nicht eine 10 von 10, sondern eine 8, weil der Bossfight, der war sehr, sehr langweilig. Da gab es schon coolere Bossfights. Nein! Hä? Ich kann nicht lenken. Ich spür's. Hallo! Ich lenke... Ich kann nicht lenken. Mein Hamster wird unruhig. Ich muss mich jetzt beeilen. Mein Hamster hat Hunger. Ich muss mich beeilen. Ich bin kurz weg. Dann fahr' ich halt glückwärts. Mein Hamster, äh... Der guckt mich zu. Der macht gerade gar nichts. Oh, jetzt wird er wieder unruhig. Ich kann irgendwie nur fast nur rückwärts fahren. Wer weiß, vielleicht wird er unruhig, weil ihr noch kein Abo da gelassen habt. Mein Hamster wird sehr unruhig. Ich bin... kurz weg. Was hast du denn, Maik? Bist du wahr? Ich geb dich hier, ähm... dein Lieblingsessen. Hast du damit einverstanden? Was du denn auch hast? Ja, dein Lieblingsessen. Okay, sind wir quitt. Willst du noch mehr? War dir immer noch nicht genug? Wieder bist du raus. Mein Hamster ist gerade durchgeworden. Der ist jetzt ein bisschen... Und der wird wieder unruhig. Sorry, dass mein Hamster gerade so stört. Ich bin gleich wieder da. Also Leute, ich bin wieder zurück. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass mein Hamster jetzt der Ruhr gibt. Ich hab ihm was zum Essen gegeben. Aber es scheint zu wirken. Der hat wirklich nur Hunger. Hä? Ist das ein Ender-Portal? Hey, ja, wir haben es geschafft! Das wird jetzt wieder aufgelistet. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Das ist wirklich sehr. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Der Held! Oder! Der Held! Oder! Der Held! Oder! Der Held! Der Held! Oder! Der Held! Ja, tschüss. Der Held! Der Held! Okay, das war's mit der Auto. Der Held! Hast du ihn leider lang verlautert? Hat sich hier ja auch, dass er nicht mehr in Ordnung hat. Der Held! Ich bin das letzte Klass von Hartz. Guckt Leute, wie viele Leute da sind. Ich springe mega weit hoch. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir an das Ende-Portal. Passiert jetzt irgendwas? Auf jeden Fall, das war es mit diesem Video. Der Mann klingt jetzt noch ein bisschen. Und zwar... Achso, das teleportiert uns in ein Spiel. Das spielen wir dann später. Auf jeden Fall, lasst ein Like da, Abo und Ciao!